So, kam es in Hama. Da hieß es immer noch besser. Hurra für Sinnlos. Siehst du, auch die Signale sagen mir das gleiche, was du sagst. Meistens. Hurra für Sinnlos. Ist da echt da? Ja, da stand es vor dem Schild, Hurra für Sinnlos. Warte. Ich glaube, ich habe es übersehen. Ah. Tschut, tschut. Sesam öffnen. Lass mich so auftraumen, dass man keine Aussagen hat. Immer die besten Ideen, die man hat. Das ist ein zerbrochenes Diebesschwert. Das ist Quatsch. Das wäre cool, wenn du das... Ist halt kaputt, das kannst du auch nicht reparieren. Ich dachte, anfangs kann man reparieren. Warum gehst du zurück? Weil da noch eine Treppe ist. Ja, für den Hebel, damit du die Tür da oben wieder aufmachst. Da. Ah, okay. Das konnte ich ja vorher nicht wissen. Jetzt kommt... Du wirst mir nie was sagen. Jetzt kommt ein spaßiger Teil. Ah, okay. Jetzt kommt der spaßiger Teil am Spiel. Heides Flabetorum. Na, hei... Heidewitz. Ja. Das ist das Gebiet, wo du erzählen musst, ja. Ja, ja, okay. Ähm. Wäre es besser, den hier auszurüsten? Du hast nicht genug stärker. Aber wäre es dann sonst besser, den auszurüsten? Ja. Ich glaube, ich habe zwei Händigkeiten. Müsste es so rein rutschen. B. 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 turnierliche Räussstoffe. Kannst du aus해�erst mit der Hand? mate? Okay. Die machen mehr schade bei denen als... pluck und erst auf dieкие negligende Wiel控室. Oh, geil, der das ganze Spiel war ja ja ganz schlecht das Spiel ungepatcht am ersten Tag gespielt hast du rauskomm das macht einfach viel mehr mit Spiel auf dem Schwerpunkt Uwe gehabt hast Nachrichten gut hinsehen kurz gesagt Vision vom Boss das ist Bullshit warum legst du dich auf mein Wett? Ich glaube er hört sich jetzt nicht mehr weil ein Wett gemütlicher ist toll Boah, ich zieh dich in den Kamm, du stürmst du kriegst dich nicht vorbei brauche ich nicht siehst du Schalldorf toll denn ja hast du aufgenommen? ja ich nehme immer alles auf was ich sehe das war meine Stelle wo ich die Gründung mache ja ich weiß, deswegen mache ich es jetzt nicht doppelt hält nehme ich nicht immer gut einmal vergewaltigen reicht ja ich würde ja nicht noch ein drittes Polo verpassen hm ein drittes Polo wäre nicht so great boah, hat eine große Reichweite das ist ein Schwert das ist ein riesen ein halber Riese mit einem Schwert ja und? wir können doch trotzdem eine kleine Reichweite haben doch ich bin ja ich guck gern auf dem Kontrollon und so etwas nicht drücken muss hebel voraus ja der ist gerade aufgetaucht nur zum füllen da war auch dieses Geräusch so gut Joggen voraus also das ist Bullshit ich sag dir die Nachrichten alle zu 80% Bullshit ok, hilf voraus, ja das sieht man aber eigentlich ja, irgendwie schon ja weil jeder normale Mensch würde da hingehen naaa das will ein paar was jetzt was tut hat man gerade gesehen und du hast die Kamera da weggemacht ah, da, ich hab das Wasser nachgesehen das war kein Wasser naaa doch das war so wichtig wie der Sandkrank Staub, aus dem Wasser am Anfang Wasser, dann später Staub in den Sand geknallt so, wenn jetzt, wenn einer mitkommt na freu dich mal, jetzt kommt nur einer, danach kommt zweier jaaa du komm mal mit, ich will ordentlich gegen dich kämpfen jetzt mit nem Bogen draufhauen bringt dir nichts, weil du diesen Steingegner-Bogen Joggen, ihr wollt mich grad verbessern sogar mit Zierhattel auch mit dich ja, aber du kriegst erst später nein nein also ich wollt gerade rollen und erst auf Seite gesprungen oh man bitteschön wie ich oh, schön, dass du jetzt wieder sitzt ich bin noch dümmer gestorben naaa, komm ich bin ich hab dir noch mit Messe nach geworfen und jetzt schießt der länger jaaa aber wenn du sterbst du sterbst und nur der Stürze kann das sein jaaa Gegner können doch nix die Stürze sind das Problem ja das ist schon ein Menschenbild langsam macht es oh mein Gott, wir haben wieder Farbe und wir haben auch mein Leben jetzt, oder? ja, das ist ja schön, schön ich will das machen, ich nicht na gut, warum mach meine Seelen wieder was? allgemein was kann ich in diesem noch nicht machen muss schon Majula machen back to gym ich schau mal zu, wie es jetzt gemacht werden muss, ne? ach, das macht ja nicht das das macht irgendwas vor was nein der der doch nicht bei dir das machen die nur, wenn ich kämpfe ach, dann steht gleich einer warum steht er bei dir? der ist, der ist noch einmal da boah was ist denn das? diese ich hatte schwerer wenn du jetzt hier auch runterfällst sind so die Seelen weg das passiert aber nicht waren ja nur 5000 knapp 6000 jetzt ach, dann viel Spaß gut, du bleibst hier drin ich fand meine Idee gar nicht so schlecht hier raus zu floppen bloß halt eben ich hab zu früh angegriffen schön, dass du ausweichen kannst, ich mich nicht ich war jetzt aber auch üben bis wie da hab ich mit 31 mal gestorben damals gut, schön zu wissen da längst mal noch zwei Gegner da geh ich da nicht hin oh, die armen Gegner ist wie benachteiligt die sich jetzt fühlen müssen weil da kommt später als ein Boss den ich noch nicht mache der leicht asexuell ist wirst du mich dann machen weiß ich nicht da kann man später mal hin jetzt ist er noch nicht ein Muss oh weißt du was auch mal mies wäre wenn es irgendwo so eine versteckte Stelle geben würde von der aus du auf den Boss schießen kannst und dass der dich trifft oder abhaut was noch gibt es oh ok das Ding ist automatisch dort ach du kacke ja der ist au der haben sie runter gepatcht der macht eigentlich zwei Hits dann bist du weg ok nein ich bin eigentlich schon angetot wir haben sie übelst runter gepatcht das Ding hier du bist einfach nur stärker nein ich hab genau die Rüstung dann ich hab doch damals glaube ich fast die gleiche Rüstung sehr schön sehr schön dass er eine Kiste ist hätte ich nie gedacht bestimmt auch Vorsicht Schatz oder so ja warte diesmal Vorsicht vielleicht in den Randbohr ja das passt ja ich mein bestimmt dass du hier hingerannt bist und ja ja das Ding taucht automatisch auf wir sind da herrenloser Klankur 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 Schade hier ist gar kein Rafa mit dabei dazu wie sind wir noch nicht hinter dir hergekommen jetzt na komm na das ist das einfachste zu machen alleine geht er auch die Musik ist geil die Musik ist episch oder die ist richtig geil das ist richtig episch der macht das auch alleine der braucht seine Hilfe gar nicht der muss gar nicht hinkommen ja das ist glaube ich der macht das auch alleine das große Schilder dem ich treffe ja ein Stück zu weit oh jetzt hat sich ein neuer Gegner das gesucht aber ich hab jetzt den Schlag gemacht und bestimmt knapp übern drei ein Drittel auf jeden Fall na ja der kam ja krass rein da hab ich schon ein bisschen erinnert ach du Drachenreiterchen du komm ich Idiot ich hab den netter aber eigentlich hättest du mal den machen müssen den Boss ja würd ich auch mal den Boss machen das wär erstmal nett gewesen von dir ja jetzt kommt der da asozialstück noch als nächstes du stirbst ja überhaupt nicht du stirbst schon nicht du stirbst schon nicht jetzt kommt einer der asozialstück oh war das die komische Typin wo der Baum aus dem Auge gesprochen ist nein ich will nicht kaufen brauchst du nicht lesen die labern doch was von Seelen vom Glauben und von Bullshit und von Bullshit vor allen Dingen von Bullshit na gut na gut ach ach das war's mit so vielen Serien erstmal aufbessern gehen erstmal aufbessern gehen das könnten wir was willst du denn jetzt machen also aufbessern stärker aaaah bisschen mehr damage machen wollen wir doch wollen wir doch ich werde jetzt viel coole große Waffen die du spielen kannst so richtig skitri ich werde richtig geile Waffen die man spielen kann könnten wir davon theoretisch auch 2 nehmen hm könnte man davon theoretisch auch 2 in hand nehmen mit der einen Klasse du kannst auch mit der Klasse 2 nehmen die eine hat nur andere Stats halt schon das ist ja auch die zwischen Klasse die haben andere Statuswerte ok lauserst du das ist wieder so eine Schwester Joy Geschichte naja wird jetzt einfach nur das Menü kommen und die blava 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 soft 3 ist perfekt oh das ist ein Zauberer pvp-spieler hi gandalf pvp-spielerin seh ich schon daran dass es ein Dolch hat gandalfine die haben ein Dolch ja sogar gepatcht heißt der ist stärker oder schwächer schwächer geworden du kannst damit ja war das nicht die erste Waffe ja ok weil wir da mit einem frontalen Assassinenangriff machen können quasi ein Backstep von vorne wenn er durch mit Zauberer machst du das so du lässt sein Schild entweder durch mit Zauberer durchbrechen mhm ich geh dir an was der ist trotzdem versuch ich hab grad Seelen ausgegeben du stirbst jetzt pack ich ja aber du kriegst zu viel Schaden ich schmeiß ihn ah ok 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 aaaaah du hast es gedacht voll style und cool was sagst du dazu du hast noch die Hälfte des Lebens wow voll geil ooooh eigentlich hätte er dich treffen mhm weiss ich nicht 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 oh wie kannst du Backstep nein kann ich nicht denkst du klettert auf den hoch der haut ihn dann so in der Hacke oder was und klettert dann hoch gibt es Spiele da würde was passieren ja ich wollte schon sagen warum lebt ihn ja noch pfff schade die machen ist teilweise schon echt mies Wurst und blaue Auge Apfel die Dinger sind so einfach die haben noch die haben nur irgendeinen Move und dann haben sie noch zum Stich Move wenn du holst dann musst du nur erst drei ausweichen und dann greifst du von hinten an ja dann wird auch schon du hast die ganze Geschichte in den Ding hier die ist gut jetzt ich kriege ich hin aus dem einen mit dem riesengroßen Großschritt das ist doch das wird richtig gerne machen das gibt's pfff droppen die aber auch nicht in der gleichen Größe nein nicht ganz also auf dich angepasst das ist halt ganz schön größer als du schade ja ich wollte so ein Großschritt das ist dämlich das kannst du niemals halten das ist ja so unlogisch das ist ja so unlogisch das ist ja so Clouch nein Clouch hat es auch nicht so groß das ist nicht so breit das ist nicht fünfmal so breit wie du ja aber es ist gut so das ist ja auch nicht so hier gibt's so ein Cloud-Swert ja trotzdem so grundsätzlich wär das doch mal gibt's so was von Cloud gibt's so was von Cloud hab ich doch gesagt später gibt's richtig schöne Waffen ja 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 aber das kannst du halt wahrscheinlich du kriegst wahrscheinlich nicht hinzuspielen damit ja okay das ist echt scheiße das ist echt anstrengend weil du halt du machst halt irgendwie hier du hast keine Ausbau mehr äh dann müssen die halt eben treffen ja aber die sind dann nicht tot das ist das tobisch ja das ist dann halt eben auswürdig kannst du nicht ohne Ausdauer richtig das ist echt so ein Mischmacher allein das wir jetzt auf Pyromantie gegangen sind deswegen weil dafür musste Pure Strong gehen und ähm Balance und ähm Kondition okay ne Ballastung meine ich dann darf das gehen und da fällt die Brücke Brücke muss weg die Brücke muss weg das ist ein Mischmacher das ist ein Mischmacher das ist ein Mischmacher